Bayern München und der FC Arsenal trennen sich im Rückspiel des Champions League Viertelfinals 1 zu 0 und somit stehen meine Bayern im Halbfinale der Champions League. Der Gegner wird Real Madrid sein, es wird ein sehr, sehr packendes Spiel werden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Real Madrid gewünscht, lieber als Man City, denn man hat auch gestern gesehen, dass Real Madrid im Gegensatz zu City die schwächere Mannschaft ist, also ist meine Meinung zumindest. Und ich bin ehrlich gesagt vor, die erste Halbzeit war sehr, sehr ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten, sowohl für Arsenal als auch für Bayern. Die Bayern hatten unter anderem Glück als neuer einen abgefälschten Ball, glänzend parierte, in neuer Manier muss man natürlich sagen, aber trotzdem hätte es auch ganz schief gehen können, 0 zu 0 der Halbzeit stand. In der zweiten Halbzeit würde ich sagen, haben wir das Ganze dominiert. Es war eine Frage der Zeit, bis das 1 zu 0 fallen würde. Also Goretzka hatte eine Riesenchance, der den Ball an die Latte köpfte und der Nachschuss ging ja auch noch an den Pfosten, der abgefälscht war. Also das 1 zu 0 lag in der Luft, was dann Kimmich besorgte in der 63. Minute mit einem wuchtigen Kopf, weil manche können wahrscheinlich nicht mal so hart schießen, so wuchtig, wie er den Ball in den Winkel geköpft hat. Und ja, war wichtig auf jeden Fall. Man hätte das 2 zu 0 machen müssen, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen, aber ja, letzten Endes ist einem das scheißegal. 1 zu 0 ist zwar ein Arbeitssieg gewesen, aber am Ende steht das Halbfinale da und ich bin gespannt, wie es gegen Real Madrid laufen wird. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Video.